Ich heiße Arina und du schaust München Video. Hier ist wieder eure Julia und ich stehe gerade vor dem Kalinka, wo heute die Wahl zur Miss Russia stattfinden wird. Und welche der wunderschönen Russinnen sich diesen Titel holen wird, das seht ihr jetzt. Warum bist du heute hier? Ja, ist einfach interessant. Warum bist du heute Nacht hier? Naja. Seid ihr schon gespannt? Dann soll es losgehen! Dann soll es losgehen! Dann soll es losgehen! Warum bist du heute hergekommen, Daniel? Wegen einer Freundin, der Lisa. Die macht da mit. Welche Nummer hat sie? Eine Freundin macht heute mit. Das ist die Nummer 7. 7. Welche gefällt dir denn am besten? Nummer 1. Was zeichnen denn die Russen so aus? Geil. Hast du eine Favoritin? Nummer 1. Arina. Ich habe zweimal eine Freundin, die aus Russland kommt. Die ist die schönste. Nummer 2. Ich bin Favorit für Nummer 2. Wie heißt du denn? Lisa. Lisa. Du machst heute hier mit. Ja. Aus welchem Grund? Ganz zufällig an. Ich war die Idee meines Freundes. Warum machst du heute mit? Nein, ich weiß nicht. Weil ich Lust dazu habe. Das ist eine gute Frage. Es ist schwer zu beantworten. Aber ich denke mal, ich bin einzigartig. Ich habe viel Selbstbewusstsein. Und ich werde glücklich damit sein, wenn ich gewinnen werde. Ich werde glücklich damit sein, dass sie sich odorieren. Und ich fühle mich bei dir. Ich fühle mich bei dir. Das ist ein Schuss. Und ich, ich bin ein Schuss. Und ich bin ein Schuss. Und ich bin ein Schuss. Wenn ich dich aufhören, ich weiß, dass ich nicht so gut bin. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.